Alalagba! 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 Für Deutschland! Unicorn Zombie Apocalypse Hey Leute, was ist gesagt? Mein Name ist Slaknin, ich bin am Start, ihr seid am Start und das Beste ist heutzutage ein ganz besonderes Der ist mittlerweile bei uns auf dem Kanal dabei, hallo Beric Also wenn der Beric jetzt ein bisschen leiser oder mal gar nicht zu hören ist, es tut mir leid, wir sitzen direkt nebeneinander Aber wenn da bringt Teamspeak nix, dann höre ich ihn doppelt und ihr hört ihn auch manchmal doppelt Also lieber leiser als doppelt finde ich, oder? Lieber leise und gar nicht als doppelt und verquietscht und so Aber, ja genau, doppelt und kacke, so klingt es Oh geil, wir sind mal nicht Wir waren ja in der vorherigen Runde auf der Mario Map, das habe ich jetzt in zwei Wie lang ist die Brücke? In zwei Teile gemacht, also das hier ist Teil 2 Davor haben wir schon eine Runde aufgenommen Also direkt die Runde hier vor wäre auch aufgenommen Die war eigentlich ganz lustig Laskern Bin schon drin Vier noch Ich hab nix mehr Hier liegen noch zwei Eins, zwei 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 Blende Ja auf jeden Fall süß, oder? Lass den Turm so einfach für uns behalten Einfach ohne die Teammate spielen Einfach nur den Turm richtig aufrüsten und so Warte, ich geh kurz was Ich geh Essen holen, ich hol uns Essen Das wir immer ein bisschen Kann man tun? Gibt's tun? Hm? Hm? Oh Mann Wir spielen ja nicht mit ihm Normal wie man spielt Digger Sind das hier zwei oder drei Ebenen mit Brücken Warte mal, Marschallah jetzt aber Und Bam Der andere Ali verpisst sich Ali Ali, nein Ali G Ali Alta Maschallah Maschallah Ja, Maschallah Der will nicht gehen Ich hasse diesen Spieler Hallo Ayla Was machst du da? Leute, hier auf jeden Fall nochmal mein Instagram Name Wo? Ja Ey Wer hat damit geschossen? Der andere Wir brauchen Wir brauchen Wir brauchen Wie lang ist diese Ich bin gleich bei euch Dieser lila Dieser blaue ist so schlecht Man kommt nicht mal zu blau Man kommt nicht hin Oh doch hier Hier kommt man glaube ich zu blau Der einzige Der einzige Der einzige Ich glaube ich habe den einzigen Weg zu blau gefunden Ja Ist es der? Oh, der ist der blaue? Nein, ich bin runtergefallen! Oh! Der blaue! Ich hasse blau! Ich hasse blau! Der blaue 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 Player Der blaue Player kommt Mist ich bin nicht Was hält zu davon? Den Henkel Ich hab's überlebt Der Stadtteil direkt in dem TNT drin Der blaue Der blaue! Maschallah! Wie kann der Flieger für der hat Flyhex? Doch Der fliegt unter der Brücke Der blaue Der blaue Der war drin da ist da nicht an die Sabri machen die Welt der Turm ist aber halb im Arsch jetzt er darf man nicht hoch antworten die Koffer nicht mehr hoch einer die Leiter er gut hier geht's Maschallah die Bomben nicht er doch hier so ist er hat Arsch Niedes ist es wir müssen erst mal die Welt aufsuchen bevor wir schießen Maschallah Zerstört die Brücke An aller Nein! Nein! Ich wollte auf die Brücke schießen Ich hab hier unten wieder in den Turm geschossen Leute Leute Nein Digga Maschallah Ich mache jetzt ein bisschen coole Sachen die so nur so drei ich mache jetzt eigentlich nur so Sachen die so dreijährige Kinder Tschüss ihr Loser Leute Gillette 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 hier die Einblende von Gillette Gillette V8 rasiert Ich rasiere deine Mut damit V8 Ich rasiere deine Mut damit V8 Ich rasiere deine Mut Wer Turm oder ich? Gegner kannst du mal bitte tot werden wir ich rasiere das gemacht was ich denke ich rasiere ich rasiere ich rasiere hallo schalas Hallo ihr Wallers Na, ihr Wallerskinder? Wallerskinder, Alter. Wo habe ich das TNT überhaupt gezündet? Ach, hier. Na, du Maschallah-Kind! Du Waller-Kind! Bist du bei... Genau. Eine ist vorne, alle kommen noch. Die Stipea-Bombe. In der... Waller, ihr kleinen Kinder. Waller. Waller. Waller, ihr kleinen... Was, du hast? Du hast einen Goldblock an Thoren. So, kapiert. Und ich habe TNT-Bombe. Boom. Boom. Dann macht es Boom. Boom. Dann gibt es ein Tröschchen. Oh, geil. Hätte ich nicht gedacht. Nein! Ja! Ich habe alles überlebt. Ich habe alles überlebt. What the fuck? Man fällt ja... Halt's auf. Halt's auf. Jetzt muss der Tod wieder reparieren. Aber die Brücke ist wieder im Arsch. Nein! Ich wollte die Brücke reparieren und habe alles in den Abgrund geworfen. Ich habe... Ich habe auf die Brücke geschossen. Nein! Du wolltest ab. Ich habe mich eben versucht ab. Sag mal, ich habe... Ich habe... Ich habe versucht... Ich habe auf die Brücke geschossen. Ja, und dann ist das auch gar nicht so auf mich gekommen. Nein, nein! Ich habe vorher direkt auf dich geschossen. Nein, aber ich habe auf die Brücke... Aber ja, ich habe dich ja auch abgeschossen, falls ich es nicht gemerkt habe. Nein, das meine ich nicht. Nein, das ist schon vorher. Danach ist es nochmal passiert. Ich habe auf... Nein, das sah gerade bei mir so aus, als hätte ich auf die Brücke geschossen und das Ding wäre auf mich zu... Ja, du kleine... Nein! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Oh, nein, nein, nein! Boah! Ich habe den anderen... Ich habe den... Ich habe den anderen... Ich habe den anderen getötet. Der hat gerade geschossen. Ich bin schnell abgehauen und er ist einfach gestorben. Leute, das ist so krank. Trollrunde. Doppelpunkt. Trolli. Trollrunde. Doppelpunkt. Trolli. Das macht so Spaß mit... Weißt du was? Trolli. Was? Marschallah. Auf sie! Wie? Oder halt noch einmal Glauft! Äh? Häääääh! Wie? Äh... 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 Ja. Glauft! Oh Gott, ich bin draußen! Ich bin drüht und nicht drüht! Achtung! Da die Gold! Die Gold! Ist mir egal! Sprengt das Gold in die Luft! Sprengt es, sprengt es, sprengt es, sprengt es Gold. Digga, da kommt, man kommt, ich komm nicht da, ich komm nicht da, unseren Turm kaputt. Wir Deutschen laufen amok! Leute. Aus, aus! Bist du schon da, Mashallah? Bei Turm-Maschallah. Okay. Mashallah-Maschallah! Ich mach unseren Turm kaputt. Selbstmodatentat. Selbstmodatentat. Anis, Amri, Selbstmodatentat. Ähm, fuck. Ich hab alles kaputt gemacht, schon wieder. Da! Da-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam ich lebe immer noch nein noch nicht ich lebe immer noch ich bin und sterblich ich bin und sterblich Schaller er kommt nicht mehr hoch ich muss mit hast du nicht gemacht ich habe ihn aber gerade mal wieder nicht macht man schon kommt nicht mehr aber auch hier ich hab noch ein Heidens Leute da das 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 wie viel denn ich werde es auch noch mal machen ja klar ja dann ja dann Eila boom ich hab erstmal unseren Eingang gesprungen nicht Eila Nein für die Schiene die n d m die 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 Untertum ist gut und dort waren doch nicht jetzt zumindest ich liebe noch die Schaffstess ein Dusche du spielst Prozent um die leist die ich damit zu tun könnte aber nur sein als ich weiß der vor Ort heute ist Reformation also an ist am lieb ich habe an ich habe ja das was aber auf jeden fall von dieser folge kasten denn wir sind jetzt schon am ende der aufnahmezeit und überteilt bei der nächsten neun tschüss tschüss siehst du doch er hat überlebt